Einige Schüler von Jesus und Jesus selbst befinden sich auf dem Boot und auf einmal kommen da riesige Wellen und ein Sturm. Jesus schlief wahrscheinlich gerade im Boot. Auf jeden Fall, die Jünger ticken voll aus und fragen Jesus, ob er ihnen nicht hilft zu überleben. Klar sind die Jünger total überrascht, dass Jesus Macht hat über den Sturm und den dann stillt. Aber dann kriegen sie noch einen Schlag vor ihrem persönlichen Bug. Habt ihr kein Glauben? Wo ist euer Glaube? Ich bin mein Vergeber, mein Glücklichmacher und mein Schuldvergeber, Friedensbringer und mein Worteinhalter, mein Liebesspender bist du. Du tust mir in meiner Seele gut und du tust das Basam auf den Wunden zu. Und es kam ein Wirbelwind über den See und die Wellen überfielen sie und sie waren in großer Gefahr. Da traten sie zu ihm und weckten ihn auf und sprachen, Meister, Meister, wir kommen um. Das war doch genauso, wie es uns immer gesagt wurde. Dann bete doch zu Gott. Was haben die Jünger gemacht? Naja, alles richtig, oder? Da stand er auf und bedrohte den Wind und die Wogen des Wassers und sie legten sich und es ward eine Stille. Er sprach aber zu ihnen, wo ist euer Glaube? Sie fürchteten sich aber und verwunderten sich und sprachen untereinander, Wer ist dieser, das er auch dem Wind und dem Wasser gebietet und sie sind ihm gehorsam? Demnächst will ich schwimmen als Ausdauertraining beginnen, aber stellt euch vor, ich springe ins Becken, könnte nicht schwimmen und am Beckenrand stehen die Leute und fragen, wieso schwimmt er nicht? Gebet und Flehen und Danksagung soll mit mir zusammen Beziehungsstandpunkt vor Gott sein, sagt Paulus und Tasos, dann wäre man sorgenfrei. Also in Kurzform, warum sorgt ihr euch? Ist das die Sorte von Fragen in den Worten, wo ist euer Glaube von Jesus an die Jünger? Ist das diese Sorte von Fragen, warum sorgt ihr euch? Wo ist euer Glaube? Nun greift Jesus sofort ein und hilft den Jüngern und ich muss zugeben, nach tiefem Schmerz wurde mir auch immer wieder geholfen. Aber leider wandle ich auch immer wieder erneut in diese Situation, wo mir die Frage gestellt wird, wo ist dein Glaube? Und es wiederholt sich ständig. Und dass es diese Frage gibt, wo ist dein Glaube? Soll es auch eine Antwort drauf geben. Ja, ich denke Jesus möchte in echt eine Antwort darüber. So wie manchmal meine Herzhauspartnerin zu mir sagt, wenn ich wieder mal drum herum philosophiere, beantworte doch bitte einfach nur die Frage. Jesus stellt die Frage so, als ob der Glaube bei jedem Menschen da sein sollte. So, als ob man ein Sohn, ein Kind Gottes sein sollte und dass es gar nichts anderes gibt. Und doch weiß Jesus doch auch, dass er selber in die Welt gekommen ist, um sie, also die Welt, von dem Fluch der Unmenschlichkeit, von dem Nicht-Glauben-Können, von dem Fluch der Unmöglichkeit der eigenen Lebensgestaltung zu befreien. Er weiß das und fragt trotzdem. Seltsam. Ja, aber wieso haben wir kein Glauben? Und welchen Glauben haben wir nicht? Zu sonderbar, zu merkwürdig, oder? Nein, ich bin sicher. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. Amen. Amen.